Moin Leute, hier ist der Arter. Ihr kennt gerade aktuell die Lage, es ist nicht leicht gerade bezüglich Corona, aber auch gleichzeitig für die ganzen Erstaufgelände ist es nicht leicht. Viele Erstaufgelände stehen an der Existenz, müssen fast schließen oder sind schon geschlossen, was extrem wirklich schade ist. Kein Erstaufgelände, kein Spielen. Es ist einfach leider schade. So, und deswegen mache ich hiermit den Hilfeaufruf für das Erstaufgelände, Area 49, was es in Niedersachsen gibt. Wir bitten um Hilfe, Leute. Wir bitten um Hilfe. Es ist kein Spaß, wir meinen das wirklich ernst. Wir bitten wirklich um Hilfe. Ihr könnt natürlich auch spenden, wenn ihr möchtet. Zahlungsart ist Paypal und Banküberweisung möglich. Bitte notiert auch hin, dass es eine Spende ist. Es ist wirklich ein ernster Hilfeaufruf. Wir freuen uns natürlich über jeden, der gespendet hat. Grüße gehen draus. Ciao. 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 Vielen Dank.